Wir haben ja keine Scheiben. Wie geht's? Ja, ich bin doch bebringend. So fast, glaube ich, von der Wolfgang in Paris. Wir sind an einer Schwankenz. Nachher können wir ihn in David Jones erreichen. Ja, genau. Oder direkt hören, ob der Johnny Depp ist. Ich weiß nicht, dass wir alles in Ruhe anschauen. Aber da braucht man Michi sein Lab. Ich weiß nicht, dass wir es jetzt in.